Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Videoaufnahmenkanal. Ich bin der Seni und ich erkläre euch heute, wie ihr denjenigen richtig macht. Also, am wichtigsten sind die gestreckten Arme und die straffe Körperhalten. Aber zuerst muss man das Vorderrad in die Luft kriegen, ist ja klar. Dazu müsst ihr das Vorderrad anreißen. Am besten einen kleinen Gang für den Anfang und dazu kräftig in die Pedale treten, damit ihr hochkommt. So, das alles kombinieren und dann könnt ihr ihn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und natürlich auch ein Abo. Falls euch das Video weitergeholfen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.